Hier nochmal die Agenda des Ablaufs des Pressebriefings nach meinem Willkommen und ein paar Worten zur Impfstoffregulation und zu den Impfstoffkandidaten der vorliegenden Genehmigung der klinischen Prüfung. In Hamburg werden wir von Herrn Prof. Sutter etwas über Entwicklung und Herstellung hören und Prof. Marilyn Addo wird über die Studiumplanung sprechen. Sie ist die Leiterin der klinischen Prüfung am UKE in Hamburg und es steht Ihnen weiterhin, das ist auf dem nächsten Dia zu sehen, Dr. Andreas Neubert als Chief Scientific Officer von IDT Biologica für Fragen zur Verfügung. Danach möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben, um für Sie einzuordnen, wo wir hier stehen mit der Impfstoffentwicklung. Das Thema ist von großem Interesse. Diejenigen von Ihnen, die heute früh genug aufgestanden sind, um das Morgenmagazin in ARD und CCF mitzusehen, haben sicher wahrgenommen, dass immer wieder Spots gezeigt werden, die erläutern, nicht nur, wie die Impfstoffentwicklung zu Covid-19 weltweit aussieht, sondern auch speziell in Deutschland. Da freue ich mich, dass wir Ihnen heute einige Einblicke geben können. Nach diesem Ausblick haben Sie dann Gelegenheit, Fragen zu stellen, sodass wir versuchen, Ihren Informationsbedarf so vollständig wie möglich zu decken. Zunächst möchte ich noch einmal erläutern, was das Paul-Ehrlich-Institut beiträgt zur Unterstützung der Covid-19-Impfstoffentwicklung. Sie sehen hier einmal den Weg der Entwicklung von der Discovery, das heißt der ersten Idee, wie kann man schützen gegenüber einer Infektionskrankheit, über nichtklinische Untersuchungen, die bereits qualitätsgesichert erfolgen müssen, über die qualitätsgesicherte Herstellung nach sogenannter guter Herstellungspraxis. Dann der Weg über die klinischen Prüfungen, normalerweise die Phasen 1, 2 und 3. Ich bin sicher, dass Sie inzwischen alle voll darüber orientiert sind, was das Ziel der jeweiligen Phasen der klinischen Prüfung ist. In Kürze noch einmal Exploration von Sicherheit, Verträglichkeit und erste Daten zur Erzeugung einer spezifischen Immunantwort in der Phase 1. In der Phase 2, genaue Dosisfindung, Impfschema, weitere Daten zur Verträglichkeit. In der Phase 3, das ist eigentlich die Zulassungsstudie, dann Erhebung von statistisch signifikanten Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit eines Impfstoffs, um dann bei der Europäischen Arzneimittelagentur einen Zulassungsantrag einzureichen, der die Daten und Ergebnisse dieser entsprechenden Untersuchung zusammenfasst. Hier gibt es einen Ausschuss für Humanheitsneimittel, das ist der CHMP, in dem auch das Paul-Ehrlich-Institut als Mitglied seinen Sitz hat. Hier werden ausgewählt Rapporteur, Co-Rapporteur, die die Bewertung vornehmen. Es gibt eine gemeinsame Datenbewertung dann innerhalb dieses Gremiums und dann eine Empfehlung des Gremiums für Zulassung oder nicht und die Zulassung durch die Europäische Kommission, wie er dargestellt. Aber natürlich endet es damit nicht, sondern nach dieser Nutzen-Risiko-Bewertung, bei der der Nutzen weit gegenüber den Risiken bei Impfstoffen überwiegen sollte, verfolgen wir natürlich auch nach der Zulassung über die Pharmakovigilanz, über die Chargenprüfung, den Weg dieser Impfstoffprodukte weiter. Sie sehen hier Chargenfreigabe und Pharmakovigilanz. Wichtig ist, wir sind im Moment hier im Stadium der ersten klinischen Prüfung. Die Genehmigung der klinischen Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut ist erfolgt. Zur Erteilung der Herstellungserlaubnis für qualitativ gesicherte Herstellung finden Inspektionen statt, zusammen mit Landesbehörden, später bei der Zulassung, eventuell durch die EMA. Im Sinne dessen, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Landesbehörden hier begleitet, aber sie entscheiden darüber. Und natürlich können wir Maßnahmen ergreifen. Zur Gefahrenkoordination sollten sich besondere Risiken hier herausstellen. Sie sehen hier, wir haben eine Phase-1-Impfstoffprüfung in Deutschland vor uns. Und was sind die allgemeinen Voraussetzungen an diesem Beispiel speziell dargelegt? Zunächst wurde eine Impfstoffplattform gewählt. In diesem Fall handelt es sich um ein MVA-Impfvirus. Das ist das sogenannte Modified Vaccine Virus Anchor. Und es gibt bereits ein zugelassenes Produkt, einen Pocken-Impfstoff Imanex, der ebenfalls auf diesem Vektor, auf diesem Impfvirus basiert. Der Vektor ist also dazu da, die entsprechenden Antigen-Gene des Erregers SARS-Coronavirus-2 auf wenige Körperzellen zu übertragen. Es liegen klinische Erfahrungen nicht nur durch die Zulassung, sondern auch mit anderen MVA-basierten Vektor-Impfstoffen vor. Die Gruppen, deren Ergebnisse Sie hören werden, haben hier bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt bei dem Versuch, andere Impfstoffe auf MVA-Basis zu entwickeln. Wie Sie wissen, dass der Immunschutz zurückgeführt wird, potenziell auf das Spike-Protein des SARS-Coronavirus-2. Und diese entsprechenden Ergebnisse beruhen darauf, dass auch MERS-Coronavirus-Impfstoffe in den klinischen Prüfungen getestet wurden. Und dass wir wissen, dass Tierversuche angezeigt haben, dass auch bei SARS-Coronavirus das Spike-Protein schützende Wirkung entfalten kann. In diesem Fall geht es um das Volllängens-Spike-Protein, das sozusagen das Antigen-Gen ist, der Wirkstoff im Impfstoff. In diesem Fall wurde keine weitere Modifizierung der Erbinformationen, also des Bauplans für die Bildung dieses Spike-Proteins vorgenommen. Was setzen wir voraus in Bezug auf die Herstellung? Wir setzen eine qualitätsgesicherte Impfvektorherstellung in Zellkultur voraus. Das Geschäft übernimmt die Firma IDT Biologica, die hier weitreichende Erfahrung hat, um eine Herstellung auch in größerem Maßstab für die Phase 1 zu gewährleisten. Der Impfstoff wird formuliert abgefüllt, die Chargenprüfung erfolgt beim Hersteller im Falle der klinischen Prüfung. Hier geht es um Erhebung der Identität von Vektor- und Antigen-Gen, dem Vektor-Tita, also die Menge der Vektorpartikel im vorgegebenen Volumen. Und es sollen ja zwei Dosisstärken getestet werden, die entsprechend abgefüllt werden. Einmal eine niedrigere Dosis von einmal 10 hoch 7, Infectious Units, IU pro Milliliter und eine hohe Dosis von einmal 10 hoch 8. Und wir achten darauf, dass es einen geringeren Anteil von den Zellsubstraten gibt, auf denen der entsprechende Vektorimpfstoff gezogen wird. Sie sehen hier nochmal die wichtigen Punkte der präklinischen Untersuchung, auf die wir als Paul Ehrlich-Institut in diesem und allen anderen Fällen Wert legen. Es geht um Darstellung, dass der Impfstoff eine spezifische Immunantwort, in diesem Falle gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in der Maus induzieren kann, Erhebung einer ungefähren Dosis. Und es geht darum, ob ein- oder zweimal geimpft werden muss, um eine optimale Immunreaktion zu erzeugen. Toxikologisch, wie wir sagen, an Ratte und Kaninchen bei wiederholter Impfstoffgabe, werden Plattformdaten erhoben. Es geht um weitere Pharmakologie und Kinetikdaten. Was ist das Ziel der klinischen Prüfung? Es geht um Sicherheit, Verträglichkeit, Reaktogenität, wie wir sagen, und Antikörperinduktion. Immunogenität am Menschen ist ein wichtiges Ziel, denn es hat sich gezeigt, dass Impfstoffprodukte durchaus in der Maus in der Lage sind, eine gute Immunantwort zu erzeugen. Aber das Gleiche muss auch am Menschen verifiziert werden. Es geht natürlich auch um die Dosisierung, um erste Ermittlungen von groben Sicherheitsproblemen, so sie denn existieren sollten. Es geht um die generelle Verträglichkeit. Sie wissen, dass Impfstoffe vorübergehend, ohne Schaden anzurichten, Fieber, Kopfschmerz, Unwohlsein hervorrufen können, weil einfach eine Reaktion des Immunsystems auf das eingebrachte Antigen, also das Fremdeiweiß, reagiert. Es geht um die lokale Verträglichkeit. Es geht aber auch darum, nachzuweisen, dass hier Antikörper induziert werden, gegen SARS-Coronavirus-2-Spike-Protein. Und Sie erinnern sich vielleicht an frühere Diskussionen, dass wir ja vorbeugend schon über theoretische Risiken von Covid-19-Impfstoffen diskutieren. Dazu gehört das Verhältnis neutralisierender zu Binder-Antikörper. Das stimmen muss, um keine Infektionsverstärkung zu bekommen. Ebenso wie eine Balance der Immunantworten. Auch hier Thera-1 versus Thera-2 sind Fachbegriffe, die nachgesehen werden. Und es handelt sich hier um eine klinische Prüfung der Phase 1 mit 30 Personen, kein Kontrollabend. Genauer gesagt werden Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren geimpft werden. Zweimalige Impfung im Abstand von 28 Tagen. 15 Personen in der Gruppe niedrige und hohe Dosierung. Zytokin-Profil wird erhoben. Die Antikörper werden gemessen und weitere Erhebungen zu einer möglichen Infektionsverstärkung über, was hier genannt ist, Antibody-Dependent Enhancement oder Enhanced Respiratory Disease, also einfach Infektions- und Krankheitsverstärkung am Tier werden, parallel zu dieser klinischen Prüfung durchgeführt. Ich bin damit am Ende. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit bis hierher und würde jetzt bitten, dass Herr Sutter seine Präsentation vornehmt. Danach Frau Addo und Herr Neubert, wie gesagt, steht hinterher für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank und ich leite gerne über. Der vorgestellten Kandidat-Impfstoff handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt aus dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, wie Professor Zytok schon angedeutet hat, mit den Schlüsselpartnern der Universitäten München, Hamburg und Marburg und unserem Pharma-Partner der IDT Biologica. Nächstes Tier, bitte Marilyn. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung ist ein Verbund von 35 universitären und außeruniversitären Einrichtungen, die sich der Infektionsforschung in neuen Schwerpunktbereichen verschrieben haben. Der Forschungsbereich neu auftretende Infektionskrankheiten, der versucht jetzt genau einen Beitrag zu leisten zur Begegnung von plötzlich bei plötzlich auftretenden Epidemien, also eigentlich genau bei so einer Situation, wie wir sie jetzt gerade vorfinden, bei Covid-19. Und hier versuchen wir an praktisch allen Stellen der Reaktionskette, angefangen von der Testentwicklung für die Diagnose hin bis zum klinischen Management von plötzlich auftretenden Krankheiten zu unterstützen. Unser Bereich in München ist hier insbesondere einen Beitrag zu leisten bei der Entwicklung von Impfstoffen, die möglichst schnell eben in die klinische Prüfung gebracht werden können. Und wir nutzen hierfür eine am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung etablierte Technologieplattform auf der Basis des von Professor Zichotek bereits angesprochenen modifizierten Vakzinia-Virus Ankara oder MVA. Nächstes Tier, bitte. Das Vakzinia-Virus ist ein Pocken-Impfvirus, das bereits vor vielen Jahren hier in meinem Institut in München an der Universität München entwickelt wurde als ein sehr gut verträglicher Pockenschutz-Impfstoff. Das hat man gemacht durch eine Anpassung des Virus an das Wachstum in Hühnerzellkulturen und in der Tat wurde bereits in den 70er Jahren ein erster MVA-Vorimpfstoff zur Verbesserung der Verträglichkeit der Pockenschutz-Impfung eingesetzt und auch vom Braul-Ehrlich-Institut damals zugelassen. Wie Sie gerade gehört haben, haben wir einen anderen MVA-Abgeleiteten, alleinigen Pockenschutz-Impfstoff seit 2013 in Europa, Kanada und seit 2019 auch in den USA zur Verfügung. Und auf der Basis dieser bereits guten virologischen, exzellenten virologischen Vorkarakterisierung, nächstes Tier, ermöglichte die besondere Eigenschaft des MVA-Virus, eben wie die bereits erwähnte Unfähigkeit, sich in Wirtszellen, die von Menschen abstammen, produktiv vermehren zu können, ein Vektorsystem zu etablieren, das sich durch besondere Verträglichkeit und biologische Sicherheit auszeichnet, gleichzeitig die wirksame Produktion und Verabreichung von viralen und auch fremden Antigenen ermöglicht. Und in der Tat besitzen wir mittlerweile bereits gute Erfahrungen aus der klinischen Prüfung mit zahlreichen Testimpfstoffen des MVA-Virus. Nächstes Tier, bitte. Der jetzt hier vorgestellte Vektorimpfstoff, MVA, SARS-2-S, enthält und kontrolliert in seiner eigenen Erbinformation jetzt die synthetische Geninformation für das S- oder Spike-Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus und nur dessen. Ich muss sagen, wir haben ja da sehr viel Erfahrung schon in der Herstellung von diesen Vektor-Viren. Wir haben sehr viele solcher Vektorimpfstoffe schon hergestellt. Dieses Jahr war aber natürlich trotzdem etwas Besonderes. Wir haben so eine ganz kleine kurze Zeitlinie uns angeschaut als Team. Gestern, in der Tat, haben wir Mitte Januar die erste synthetische Gensequenz bestellt. Mitte Februar mit den Klonierungsarbeiten begonnen, konnten Ende März das erste Vektor-Virus klonal isolieren. Und waren dann Ende April so weit, dass wir sozusagen zum einen die ersten Immunisierungen in präklinischen Mausmodellen starten konnten und aber auch schon mit unserem Pharma-Partner Kontakt aufgenommen haben, das Virus auf Produzierbarkeit und Qualität noch weiter zu kontrollieren. Was rausgekommen ist, ist tatsächlich ein Vektor-Virus mit sehr guten Stabilitäts- und Wachstumseigenschaften, das nach der Infektion zur Produktion eines vollständigen reifen Oberflächenproteins fühlt. Sie sehen im unteren Teil dieser Folie abgebildet zum einen Mal die Verifizierung der Größe des Proteins in einem molekularen Testverfahren. Und dann auf der rechten Seite das mikroskopische Immunfluoreszenzbild einer Impfvirus infizierten Zelle, in der man blau sehr schön den Zellkern erkennt. Und alles, was Sie da rot sehen, ist sozusagen das produzierte, gerade produzierte Spike-Protein auf seinem Weg zur Zelloberfläche. Und genau das würde man dann natürlich auch in den Zellen eines Impflings erwarten. An der Oberfläche dieser Zelle wird dieses Protein dann erkannt und führt dann, wie wir es jetzt bei den Mäusen gesehen haben, hoffentlich auch in Menschen zur Bildung von S-Protein-spezifischen Antikörpern und T-Zellen. Und dann hoffentlich auch zu einer Schutzwirkung vor der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Nächstes Tier, bitte. Nicht verschweigen darf ich natürlich, dass wir einen kleinen Vorlauf hatten im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Über einen Zeitraum von über fünf Jahren haben wir bereits sehr intensiv an der Entwicklung eines sehr vergleichbaren Coronavirus-Impfstoffes, dem MVA-MERS-S-Impfstoff, gearbeitet. Diese Entwicklungsphase diente sozusagen als eine Blaupause für unsere jetzige Entwicklung und hat uns sicher geholfen, genauso wie nächstes Tier natürlich die jetzt auch schon seit über fünf Jahren bestehende sehr gute Partnerschaft mit dem Impfstoffhersteller IDT Biologica. Und wir sind da sehr, sehr glücklich, dass wir mit IDT Biologica ein sehr erfahrenes Unternehmen, das seit fast 100 Jahren, Andreas kann da sicher noch mehr dazu sagen, wenn Sie da Fragen haben, seit fast 100 Jahren sich spezialisiert hat auf die Herstellung und Entwicklung von Impfstoffen. Und was viele in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht wissen, dass führende Pharmaunternehmer nehmen seit Jahren sehr gerne auf die IDT Biologica zurückgreifen, die Ihnen dann bei der Herstellung und Entwicklung Ihrer eigenen Arzneimittel hilft. Damit bin ich am Ende meiner Vorstellung und Marilyn, du kannst ab hier weitermachen. Danke. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Prof. Ziziochek und danke Gerd jetzt für das, was genau nämlich eigentlich diese Impfstoffentwicklung ist. Wir haben gesehen, das hat bei euch im Januar angefangen in München und ein klinisches Entwicklungsprogramm für auch Impfstoffe sind tatsächlich Staffelläufe. Sondern wir sind jetzt die nächste Station in diesem Staffellauf hier am UKE. Und tatsächlich haben wir ja schon vor einigen Wochen von IDT kommuniziert bekommen. Und ich fand, das waren so sehr eindrückliche Bilder, dass der Impfstoffkandidat schon abgefüllt ist und dass damals hieß es noch, die klinische Phase steht kurz vor dem Start. Und tatsächlich haben wir mit der Genehmigung am Mittwoch und auch der zustimmenden Bewertung der Ethikkommission Hamburg letzten Freitag am Mittwochnachmittag diese Studie initiieren können. Das heißt nicht, dass der Erste schon geimpft ist, aber wir müssen ja das Personal schulen. Das ist sehr gut vorgegeben im Arzneimittelgesetz und tatsächlich hat es am Mittwoch schon den Kickoff gegeben. Und da sitzen wir in der Schulung aller Beteiligten und haben alles nochmal diskutiert. Und gestern ist tatsächlich auch der Impfstoff angekommen. Das muss ja auch nochmal freigegeben werden. Also wir sind da jetzt schon, haben den Staffelstab übernommen und laufen im Grunde genommen schon los. Die beiden, meine beiden Vorredner haben die MVA-Modifreit-Vaxinia-Ankara-Vaxinplattform schon vorgestellt, die wir im Dezif nach vorne bringen. Und wir haben schon gesagt, es gibt einen Vektor, wo man das Gen seines Interesses reinbauen kann. Es sind schon viele solcher Konstrukte auch hergestellt. Und ich wollte in dieser Folge nochmal darauf eingehen, was im Dezif schon gemacht wurde, weil es sind mehrere Projekte unterwegs, damit man das vielleicht auch nochmal so plastisch aufgedröselt findet. Also wir haben, es ist schon erwähnt worden, dass wir für ein ähnliches Coronavirus, also MERS, das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, das ja vor einigen Jahren entdeckt wurde, einen ähnlichen Impfvektor gebaut haben. Vielmehr hat Herr Dr. Sutter das konstruiert, analog zu der Entwicklung, die wir jetzt hier für SARS haben. Und wir haben da eine Phase-1-Studie auch von Dezif finanziert, also komplett aus öffentlichen Mitteln, schon abgeschlossen. Und das wurde dieses Jahr im April veröffentlicht. Und da werde ich Ihnen gleich Daten zeigen, weil das ist unsere Blaupause gewesen, um auch schnell starten zu können in den SARS-2-Entwicklungsprozess. Dieses Entwicklungsprogramm läuft allerdings auch noch weiter, parallel zu unseren neuen Aktivitäten zu SARS. Wir haben da von CEPI, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, eine Förderung bekommen im Konsortium, wo ein Konsortialpartner, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, die IDT, aber auch zwei Partner in den Niederlanden noch dabei sind. Und dieses Entwicklungsprogramm läuft noch und es ist auch schon eine Studie Phase 1b zur Genehmigung eingereicht und soll eigentlich dieses Jahr auch noch starten. Im SARS-Programm gibt es auch einen Entwicklungsplan. Wir sprechen heute über die Phase-1-Studie, deren Finanzierung das Dezif in einem Fast-Track-Verfahren zugesichert hat, schon frühzeitig. Und diese Studie hat gestartet und wird hoffentlich im Oktober die ersten Patienten auch impfen. Das weitere Entwicklungsprogramm, und es wurde ja auch in den Medien schon ein, dass die BMBF-Förderung, die an mehrere deutsche, drei deutsche Unternehmen ausgesprochen wurde, erwähnt. Und die Phase-2- und Phase-3-Studien werden Teil dieser BMBF-Förderung sein mit IDT als Lead des Konsortiums. Die Daten, die schon mehrfach kurz erwähnt wurden, sind über den MERS-Impfstoff, unsere Blaupause für MERS, für SARS-2, sind im Lancet dieses Jahr veröffentlicht worden. Hier haben wir eine kleine Studie in Hamburg durchgeführt mit 23 Individuen, die auch in zwei Dosisgruppen geimpft wurden. Die haben an Tag 0 und an Tag 28 sehr analog zu dem, was wir waren, für die jetzige Studie geimpft wurden. Und wir konnten in dieser kleinen Studie zeigen, dass der Impfstoff gut vertragen wurde. Und es wurden sowohl Antikörper- und T-Zellantworten gebildet. Die Antikörper zeige ich Ihnen im nächsten Dias. Und alle die Sachen, auf die wir jetzt achten werden, dass die Ratio, Antikörper, neutralisierte Antikörper-Banning-Antibodies gut ist und dass wir vor allem eine TH1-Antwort induzieren, haben wir in dieser kleinen Studie schon vortesten können. Ich zeige Ihnen hier aus dieser Publikation von Herrn Koch und Frau Dahlke, Antikörper wertet. Blau ist die Niedrigdosisgruppe und rot die High-Dosisgruppe und die grau sind die Kontrollen. Die Pfeile zeigen jeweils die Impfungen an und wie Sie sehen, steigen die Antikörper-Antikörper-Antworten gut an. Oben links die Binding, also ELISA ist eine Technik, um die bindenden Antikörper zu testen. Und Virus-Nentalisation kann man auf verschiedene Arten und Weisen detektieren und auch dort sind gute Antworten gesehen worden. Und diese beiden Antworten korrelieren gut. Insofern aus diesem anderen Coronavirus-Projekt konnten wir zeigen, dass 100 Prozent der hohen Dosisgruppe Antikörper entwickelten, also eine Serokonversion zeigen konnten. Zur jetzt genehmigten Studie ist ja schon durch Herrn Prof. Sitoschek etwas gesagt worden. Sponsor nach dem Arzneimittelgesetz ist das UKE, das Universitätsklinikum Hamburg-Ettendorf, die auch schon in anderen Projekten da den Lead übernommen haben. Das sind ja das Versorgungsverantwortlichkeiten, sowohl im Ebola-Projekt als auch im MERS-Projekt hat das UKE die Sponsorrolle übernommen. Es ist eine Open-Label-Studie, wie Herr Sitoschek schon sagte. Also es sind ja momentan auch schon viele weitere Studien unterwegs, die Placebo-Gruppe haben. Mit dieser Studie werden 30 Individuen geimpft und wir wissen von jedem, welche Dosis er bekommt. Das wird auch nur an einem Zentrum durchgeführt und die Ziele sind Sicherheit, Tolerabilität und Reaktivität und auch die Immunantworten zu testen. Sie können die Synopse und die Skizze auch auf clinicaltrials.gov einsehen. Da sind alle Informationen hinterlegt. Wir führen diese klinischen Studien jetzt schon seit Jahren auch mit einem Auftragsforschungsinstitut hier in Hamburg durch, dem Clinical Trial Center North. Dort werden die Patienten physisch betreut, nachgefolgt und werden alle studienrelevanten Prozeduren durchgeführt. Die Laborexperimente werden in Hamburg in unserem Labor-Ithopen-Institut und in den Universitäten Marburg und München weiter durchgeführt. Wir sind eben schon darauf eingegangen. So ungefähr kann man sich das Studienschema vorstellen. Wir haben es ja schon mehrfach besprochen. Also zwei Gruppen, jeweils 15 Individuen. Wir wollen das auch über Frauen und Männer ungefähr gleich verteilt haben in diesen Studiengruppen. 18 bis 55 Jahre. Das sind die First Immunistudien und das ist die gängige Vorgehensweise. Und dann werden diese Probanden über sechs Monate insgesamt weiterverfolgt mit verschiedenen Studiengesitten, wo Blut abgenommen wird. Und für Sicherheit und als auch für Immobilitätsfragen. Und dieses primäre Ziel ist die Sicherheit und Verträglichkeit in der Phase 1 und dann die Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein. Wie fügt sich diese Studie in das Gesamtentwicklungsprogramm, das für diesen Impfstoff geplant ist, ein? Also wir sind jetzt gerade in der Genehmigung der Phase 1, First in Human. Die erste Impfung hoffentlich im Oktober 2020, nachdem wir ja die Studie gestern oder Mittwoch initiiert haben. Und hier kommt die Studienfinanzierung vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Die Phase 2 soll mehr Probanden einschließen, auch in verschiedenen Altersgruppen. Also insgesamt sollen da bis zu 600 Probanden eingeschlossen werden. Das wird eine placebo-kontrollierte Studie sein. Die placebo gegen die beiden Dosisgruppen testen wird, um auch eine Dosisfindung für die weiterführenden Studien zu generieren und noch mehr Sicherheitsdaten zu produzieren. Und hier ist die Förderung ausgesprochen worden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung an die Firma IDT in einem Konsortialprojekt. Und letztendlich, und alles das unter Vorbehalt, dass das Programm so, dass es keine weiteren Komplikationen gibt, wäre dann der nächste Schritt die Phase 3 Prüfung. Und hier, während für die Phase 1 und Phase 2 das UKE die Verantwortlichkeit der klinischen Prüfung übernimmt, würde in der Phase 3, die auch multizentrisch laufen soll, mit dann wahrscheinlich mehr als 20.000 Individuen in 2021 das Klinikum in München die Sponsorrolle übernehmen, mit Herrn Hölscher als Leiter der klinischen Prüfung. Und auch diese Studie würde vom BMBF über diese ausgesprochene Förderung finanziert werden. Damit bin ich eigentlich auch fast am Ende und würde mir eigentlich nur nochmal ein Dank anzusprechen an das gesamte Team. Hier haben Universitär und im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und in den Laborgruppen vier Leute sehr, sehr, sehr hart in Rapid Speed ein Projekt nach vorne gebracht. Und man kann eigentlich nie häufig genug anhalten, da auch Dank auszusprechen, dass alle da so mitgemacht haben und dass wir auf unsere gute vorherangegangene Zusammenarbeit aufbauen können und deswegen auch in dieser Situation schnell reagieren können. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Und zwar ist es so, dass ich hier auf diesem Dia nochmal gezeigt habe, welche unterschiedlichen Formen von Impfstoffen es gibt. Lassen Sie sich nicht durch die Vielfalt verwirren. Ich führe Sie der Reihe nach durch. Sie sehen zum Bericht hier links oben das, was Ihnen bekannt ist als inaktivierte Impfstoffe oder auch Totimpfstoffe. Das heißt, in diesem Falle wird einfach der jeweilige Erreger das Virus vermehrt, danach inaktiviert, mit einem Wirkverstärker versetzt. Und da der Erreger hier natürlich auch das potenziell schützende Antigen, das Spike-Protein enthält, sind diese Impfstoffe ebenfalls in der Entwicklung. Bisher nicht in der Entwicklung sind die Lebendimpfstoffe oder auch die abgeschwächten, attenuierten Impfstoffe, die hier benutzt werden. Sie kennen das vielleicht von der Influenza-Impfung, dass bei Kindern und Jugendlichen entsprechende Impfstoffe nasal gegeben werden können. In diesem Falle wissen wir noch nicht genügend vom Virus, dass hier tatsächlich solche Lebendimpfstoffe in der Entwicklung sind. Weiterhin sehen Sie hier auf dieser rechten Seite die Proteinimpfstoffe. Wir haben Ihnen dargestellt, dass das Antigen, das für schützend gehalten wird, aber der entsprechende Nachweis muss noch erfolgen, ist das Spike-Protein. Es gibt Impfstoffentwicklungen, die benutzen nicht das gesamte Spike-Protein, sondern lediglich den Anteil, der für das Andocken des Virus an seine Zielzellen im menschlichen Körper verantwortlich ist. Die sogenannte Rezeptor-Bindungsdomäne. Es gibt hier aber auch Entwicklungen, dass man Vektoren, die dieses Spike-Protein präsentieren, inaktiviert oder dass man virusähnliche Partikel, die das Spike-Protein tragen, jeweils benutzt. Das sind die Proteinimpfstoffe, um die es sich hier nicht handelt. Wir haben in diesem Falle zu tun mit den sogenannten genetischen Impfstoffen. Und Sie sehen hier das einfache Prinzip. Das heißt, Vektoren oder Impfviren, wie hier das MVA, benutzen entweder ihr eigenes Impfgut in Form von DNA, wie unsere Körperzellen auch, oder gleich in Form der RNA. Und da das Prinzip ist, dass diese RNA von den Körperzellen, wenn sie aufgenommen wird, wie ganz normale Zell-RNA in Proteinen übersetzt wird, haben wir also hier den Fall vorliegen, dass mit einem Vektor die Erbinformation eingeschleust wird, dann übersetzt wird in das Antigen. Und dieses Antigen von unserem Immunsystem erkannt wird und es wird eine Immunreaktion erzeugt. Dass sich aber erstens um einen ungefährlichen Bestandteil handelt und zweitens nicht um ein gesamtes Virus, ist hier das Risiko natürlich geringer. Sie sehen hier, dass wir insgesamt 41 Covid-19-Impfstoffkandidaten in klinischen Prüfungen haben, mit Stand der WHO-Information vom 30. September. Wir haben davon einige in Phase 3, in Phase 2, Phase 1, 2 oder in Phase 1. Das sind die unterschiedlichen Stufen. Und in der Phase 3 sehen wir, sind Vektor-Impfstoffe, inaktivierte Impfstoffe, RNA-Impfstoffe, aber auch ein rekommendanter Protein-Impfstoff. Und Sie sehen hier nur exemplarisch dargestellt, dass auch eine ganze Reihe, gerade der Vektor-Impfstoffe und RNA-Impfstoffe, erst nach zweimaliger Gabe, nach zweimaliger Impfung ihre volle Wirkung erzeugen. Genau wie das hier bei dem entsprechenden MVA-Impfstoff wahrscheinlich der Fall sein wird. Sie haben viel von Beschleunigung und schneller Entwicklung gehört. Ich habe Ihnen hier nochmal dargestellt und nochmal aus einer Publikation, dass wir im Fall der Covid-Impfstoffentwicklung das Glück hatten, dass das potenziell schützende Antigen, das Spike-Protein aus entsprechenden Impfstoffentwicklungen zu dem SARS-Coronavirus von 2003, aber auch zum MERS-Coronavirus, übrigens auch vom DZIF und der Arbeitsgruppe Sutter, genauso wie bei unserem Paul-Ehrlich-Institut von der Arbeitsgruppe Müllebach und anderen identifiziert wurde. Wir haben dann normalerweise den Prozess der präklinischen Untersuchungen, der toxikologischen Studien, der Entwicklung des Herstellungsverfahrens, dann die klinischen Prüfungen der Phasen 1, 2 und 3, die nacheinander durchgeführt werden, wobei sich die Anzahl der teilnehmenden Probanden hier steigert und in der Phase 3 üblicherweise noch eine weitere sogenannte Placebo-Gruppe eingeführt wird. Das sind Personen, die sich impfen lassen, aber nicht den SARS-Coronavirus-2-Impfstoffkandidaten verabreicht bekommen, sondern im Zweifelsfall einen anderen Impfstoff oder eine Mock-Impfung erhalten. Danach erfolgt der regulatorische Review, also die Datenprüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut bei der Europäischen Arzneimittelagentur, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Staaten des USA bei der USFDA, und eine Herstellung in großem Maßstab und dann Verteilung und Verfügbarkeit. Das ist jetzt das Beschleunigen. Das heißt, wir haben hier diesen Fall schon übersprungen, dass das schützende Antigen erst identifiziert werden musste. Wir haben einige präklinische Studien weiter vor der ersten Anwendung am Menschen durchführen lassen, andere parallel zu den klinischen Prüfungen. Wir haben klinische Prüfungen, wo häufig kombiniert wird Phase 1 und 2 und Phase 2 und 3. Wir haben aber auch schon durch großzügige Unterstützung der Bundesregierung, der Kommission, CEPI und anderen weltweit agierenden Stiftungen den Fall, dass einige Hersteller, speziell die Industriellen, während der klinischen Prüfung sozusagen auf Verdacht bereits Impfstoffkandidaten in großer Menge herstellen, um sie verfügbar zu haben nach der Zulassung. Dann erfolgt die Datenbewertung der Review und die Zulassung. Und ich muss aber sagen, dass wir ganz klar davon ausgehen, dass die Impfstoffe nach neuesten Erhebungen der Europäischen Arzneimittelagentur in Europa, wie es im Moment aussieht, die Zulassung eher zu Beginn nächsten Jahres erhalten werden. Dass das aber nicht bedeutet, dass für alle Personen in Deutschland, Europa und weltweit gleich Impfstoff da sein wird. Wir werden glücklicherweise, denke ich, mehrere Impfstoffprodukte haben, aber wir werden eine Priorisierung durch die jeweiligen Impfkommissionen vornehmen müssen und dann sukzessive in die Impfung gehen, sodass die Impfung an sich noch Zeit brauchen wird. Ich möchte Sie hier kurz darauf aufmerksam machen, wenn Sie an Details interessiert sind, was die Beschleunigung regulatorischer Art durch das Paul-Ehrlich-Institut wirklich beinhaltet, haben wir hier im Deutschen Ärzteblatt gerade veröffentlicht, eine entsprechende Abhandlung. Und Sie sehen hier die Kollegen und Kolleginnen, die sehr wichtig sind bei der Genehmigung klinischer Prüfung, später auch bei der Zulassung des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist eine relativ verträgliche Schrift, die, glaube ich, auch von Laien gut gelesen wird. Ich möchte auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich mit voller Kraft und mit all unserer Erfahrung sehr viele wissenschaftliche Beratungen auch für weltweit tätige Firmen und andere Steller vornehmen. Neu ist die binationale Beratung mit einer anderen Mitgliedstaatenbehörde, sehr häufig in letzter Zeit zum Beispiel Belgien, aber auch andere Arzneimittelbehörden spielen hier mit, dass wir natürlich auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur entsprechende Beratung der sogenannten Emergency Task Force vornehmen, übrigens nicht nur zu Impfstoffen, sondern auch zu Therapeutika. Sie sehen, es gibt sechs genehmigte klinische Prüfungen zu Covid-19-Impfstoffen in Deutschland, zwei unspezifisch immunstimulierende und weitere Entwicklungen in dieser Richtung. Wichtig ist auch, dass unsere Aktion und unsere Beschleunigung sich einbettet, international bei der WHO, bei der IGMA und dass wir sowohl an BMG als auch BMBF die Bundesländer berichten, im Netzwerk stehen und wie sie zusammen agieren. Ich möchte damit schließen. Zusammenfassend haben wir 41 klinische Prüfungen und die jetzt genehmigte klinische Prüfung zeigt damit an, dass auch akademische Entwicklungen aus Deutschland ganz vorne sind, technologisch und weltweit mithalten können. Die Entwicklungsbeschleunigung habe ich Ihnen berichtet. Die PAI-Forschungsbeiträge betreffen Laborforschung an Impfstoffmodellen und über Therapeutika werden wir sicher zu anderer Gelegenheit berichten können. Aber heute ist das Thema präventive Impfstoffe. Damit bedanke ich mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit, übergebe an Frau Lübing-Raukohl aus Presse PAI, die jetzt weiter übernehmen wird und die Fragen koordinieren wird. Wir sind also alle da, Frau Prof. Addo, Herr Prof. Sutter, Herr Dr. Neubert und ich, um Ihre Fragen gern zu beantworten. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an Herrn Sutter. Gibt es im Tiermodell eine zytotoxische T-Zellantwort als Reaktion auf den Impfstoff? Ja, das kann ich mit Ja beantworten. Es gibt sowohl eine zytotoxische als auch eine T-Helfer-Immunantwort im Tiermodell. Darf ich noch was nachfragen? Bin ich noch drauf? Ja, sagen Sie vielleicht auch ganz kurz Ihren Namen. So, ja, Frederik Jürten für die Berliner Zeitung. Genau, Entschuldigung. Heißt das, dass diese zytotoxische T-Zellantwort also die vorwiegende Antwort ist? Also würde man eher eine Infektion erwarten, auch wenn man den Impfstoff gegeben hat und dann erst eine Eliminierung des Virus? Dazu muss man sagen, dass die MVA-Vektorimpfstoffe sind eigentlich bekannt, dass eine sehr ausgewogene, balancierte Immunantwort anhegen. Und das ist sozusagen eigentlich einer der Vorteile von Vektorimpfstoffen im Allgemeinen, dass sie in der Lage sind, sowohl Antikörperantworten als auch T-Zellantworten zu induzieren. Das ist also sehr ausgewogen. Wir sehen da eigentlich genauso gute T-Zellantworten wie Antikörperantworten. Ich glaube, das wäre es jetzt mal. Vielleicht darf ich ergänzen bei der Frage, ob die Impfstoffe schützen werden gegen Krankheit, gegen schwere Verläufe oder tatsächlich gegen eine Infektion, wie Sie das suggeriert haben. Dazu gibt es noch keine Antworten. Die Tierdaten an Altweltaffen deuten darauf hin, dass nur im Einzelfall wirklich ein kompletter Infektionsschutz erreicht wird, aber auf jeden Fall ein Schutz gegen Covid-19. Die Frage geht an Frau Professor Addo. Frau Strahler fragt, ob Sie den Wirkstoff auch bereits an sich selbst getestet haben. Ich darf ich und meine Mitarbeiter dürfen nicht an Experimenten mit diesem Impfstoff teilnehmen. Ich kann hier sagen, ich nehme auch an einer klinischen Pfiffung teil, aber einer, an der ich nicht beteiligt bin. Insofern, das ist vielleicht die Antwort auf Ihre Frage. Der NDR bedankt sich bei Ihnen, Frau Professor Addo. Gibt es weitere Fragen? Gut. Dann sind wir relativ sportlich mit ans Ende gelangt. Es gibt keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Referenten und der Referentin für die sehr interessante Veranstaltung und bedanke mich auch an die Medienteilnehmer, dass sie der Veranstaltung beigewohnt haben. Ich hoffe und denke, dass die Veranstaltung auch für Sie sehr interessant war. Wir werden, wie gesagt, die Veranstaltung auch im Web zur Verfügung stellen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir auch seitens des Paul-Ehrlich-Instituts über presse-at-pai.de per E-Mail zur Verfügung oder rufen Sie uns auf der Presse-Hotline an. Und damit beende ich für heute die Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.